Hallo Freunde, willkommen zurück bei Horizon und dieses Mal eine neue Nahkampf-Herausforderung, nämlich in Dornmarsch haben wir, natürlich hier ist sie, Nahkampf-Heraus, Nahkampf-Platz Dornmarsch. Das ist eine Ehre, A-Low. Das ist ein Trainingsplatz, stimmt's? Ja. Ja, unsere Truppen üben Nahkampftechniken hier. Mein Name ist Tenalo. Ich bin der Lehrmeister hier. Du hast sicher den roten Dreck auf dem Platz bemerkt. Schlimm, dass wir darin kämpfen müssen, aber wir haben keine Wahl. Und wie auf den Plätzen der anderen Clans gelten dieselben Regeln. Ich biete Training und Prüfungen an. Du darfst Speer und Übungsbogen benutzen. Alles andere bleibt bei mir, solange du auf dem Platz bist. Wenn du all meine Prüfungen abschließt, darfst du gegen mich kämpfen. Und wenn ich gewinne, gibt's ein Zeichen für das Fortdauern? Ganz recht. Sobald du die Zeichen von hier, vom Bollwerk und aus Brennspeer hast, darfst du das Fortdauern herausfordern. Die anderen Lehrmeister haben nicht mehr dazu gesagt, wer das Fortdauern ist. Hab ich bei dir mehr Glück? Nein. Je eher du drei Zeichen erlangst, desto schneller erfährst du es. Okay, Herausforderung. Achtung! Wir haben hier los. Du willst einem Einzelgegner maximal schaden? Ich brich seine Waffenabwehr. Und setze dann den Zerstörer ein. Hm, haben wir. Fünfte Sekunden, naja. Eins, zwei, warten, eins. Okay. Nochmal. Eins, zwei, warten, eins. Okay, zu lange gewartet. Eins, zwei, warten, eins. Zwei, drei, eins. Okay. Okay. Energiestoß-Kicke. Eins, zwei, drei. Pause. Okay, das ist auch kacke. Eins, zwei, drei, pausen. Eins, zwei, drei, pausen. Fem. Okay. Eins, zwei, drei, pausen. Eins, zwei, drei, pausen. Okay. Ja, das ist auch kacke. Okay. Ja, das ist auch kacke. Hätte ich gleich drücken. Drücken lassen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Schau, ich drücken lassen. Hm. Kraftsturm. War schon gut, aber eins. Eins, zwei, drei. Geht doch. Mann. Nimm lieber einen Halbmond-Hieb für mehr Tempo und verkette ihn. Boah. Lehrmeister-Herausforderung. Gott sei Dank. Oh, jetzt mach ich mich fertig, du. Komischer. Weiß, was ich will. Mit du für ihnen, was. Ja. Das war's. Du bist happy. Ok. ok ok kann man in dieser scheiß Treppe ruhen No, 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 no. Geht doch. Mann! Und wenn du wieder mal üben willst, der Platz steht dir allzeit offen. Ich freue mich auf eine Revanche. Geht doch. Junge, alle Herausforderungen abgeschlossen. Das war schon mal ein bisschen ein hartes Stück. Besucht mich auch auf Instagram und Twitch. Die Links findet ihr in der Beschreibung.